Kühlen und Heizen sind für unsere moderne Gesellschaft lebenswichtig. Nachhaltiges Kühlen und Heizen sind entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung. Ohne sie können wir die globalen Ziele der UN nicht erreichen. Lernen Sie ADVANCER und unsere Vision kennen, die besten nachhaltigen Klimalösungen der Welt zu entwickeln und zu produzieren. Viele Menschen bringen CO2 mit der globalen Erwärmung in Verbindung. Aber wir bekämpfen die globale Erwärmung, indem wir CO2 für unsere Kühl-, Gefrier- und Heizsysteme verwenden. CO2 ist ungiftig, trägt nicht zur Erderwärmung bei und schadet der Ozonschicht nicht. Deshalb sind wir cool mit CO2. Technologie, Wissen und der Wunsch zu gewinnen ist unser Antrieb. Sowohl im Team als auch in enger Partnerschaft mit unseren Kunden und Lieferanten. Unsere Designs und Technologien werden in unserem eigenen Labor sorgfältig getestet. Wir sind für die CE-Kennzeichnung unserer Kälteverbundsanlagen nach Drucktests in unseren eigenen Prüfkammern zertifiziert. Alle Kälteverbundsanlagen werden im Werk programmiert und vollständig getestet und mit einer Dokumentation in 10 Sprachen geliefert. Wir sind ehrgeizig und liefern hohe Qualität in jedem Detail. Alle Prozesse, wie das Wasserstofflöten, sind nachhaltig. Unsere Vertriebsingenieure sprechen mehr als 10 verschiedene Sprachen und sind immer bereit, Ihnen bei Ihrem Projekt zu unterstützen. Erfahrene Maschinenbau- und Elektroingenieure entwerfen alle Kälteverbundsanlagen bis ins Detail. Ihre Bestellung wird von unserem Kundenservice sorgfältig bearbeitet und Sie erhalten alle erforderlichen Unterlagen. Und wir verfolgen jede einzelne Kälteverbundsanlage genau mit, um sicherzustellen, dass wir unsere Versprechen und unsere Liefertreue zu 100% einhalten. Die UN-Nachhaltigkeitsziele sind unser Leitstern. Und Nachhaltigkeit ist ein natürlicher Teil unserer DNA. Wir arbeiten in einem energiesparenden Gebäude, stellen kostenlose elektrische Ladegeräte zur Verfügung und streben nach Abfallfreiheit von der Produktion bis hin zur Kantine. Auch ein gesundes Arbeitsumfeld ist für uns ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeit. Deshalb haben wir in Elektrostapler und die effizienteste Absaugung auf dem Markt investiert. Wir sind mehr als 20 verschiedene Nationalitäten, die sich bemühen, Ihnen zu helfen und jeden Tag einen Beitrag zu leisten. Mit ADVANCER werden Sie nie alleine gelassen. Sie haben rund um die Uhr Zugang zum Service und wir übernehmen die Verantwortung für die Schulung unserer Mitarbeiter und Kunden, online oder in unserem Schulungszentrum. Wir würden auch Sie gerne in Dänemark willkommen heißen und Sie cool mit CO2 werden lassen.